Also ja, das sieht aus wie eine Truhe, aber die macht nichts, die Truhe. Ich trage immer noch die Brille, ja. Gut, da geht es jetzt zurück zum Lager. Lass ich mal jede Menge Stufe 1 Munition kaufe. Wieder können wir in den Rucksack, zu mir rüber. Das sind nämlich nur Bolzen plus 1. Und jetzt labbelt sich langsam hier eine Truppe von mir. Pfeile plus 1, nehmen wir mal 12 Stacks. Und Bogen plus 1. Können wir gerade keine, weil wir zu viel Zeug haben. So, da sind das nochmal für jeden 3 volles. Stacks an, ähm, 1er Pfeil erst mal. Worum geht es dies, ihr Arme? Nur zu fragen. So, verkaufen wir mal das Brandöl. Kaufen, Dünner hier noch. 6 Stacks, Kugeln. Und verkaufen wir mal unsere ganzen Klunker mal wieder. So. Oh, der Behälter ist voll. Gut, dann haben wir einen vollen Munitionsbehälter. Und dann nehmen wir uns mal ein Zelt hier. Ja, ich möchte schlafen. Wir können nur als Händler schlafen. Und wir kommen wahrscheinlich wieder in einen Traum rein, hä? Oh ja. Also, Emoen und ich als Kinder. Bücher für Knochen, Worte für Blut, Kerzenburg, unsere Heimat. Es war nicht eure Schuld, dass wir gehen mussten. Nur, doch war es, oder nicht? Ihr war das Einzige, was mir auf der Welt noch bliebt. Und ihr habt mich verlassen. Jetzt habe ich nichts mehr. Nichts. Ich bin müde, Brennoyer. Ich bin so müde. Bitte. Ich glaube, dass ihr müde seid. Ihr wisst nichts. Ihr müsst es tun. Für mich. Tun, was sie verdankt. Nach allem, was sie wegen euch durchmachen musste, seid ihr es ihr schuldig. Gerne, doch. Ich konnte sie sowieso nie leiden. Niemals. Das wird nicht passieren. Wenn es das ist, was ihr wirklich wollt im Moment, dann werde ich es tun. Für euch. Das wird nicht passieren. Ihr Ende wird kommen. Selbst wenn es nicht durch eure Hand geschieht, ist es nicht mehr abzuwenden. Wie fühlt ihr euch? Und dafür wandelt sich Imoin in den Slayer und slayt mich. Das ist nicht mehr abzuwenden. Wie lange muss ich warten, bevor wir einen schönen Schmerz ausfüllen. Ich glaube, dass wir einen schönen Schmerz ausfüllen. Ich glaube, dass wir einen schönen Schmerz ausfüllen. Und dann wird Minz tun, was er bestellt hat. Rumble nonsensically to his pet rodent about other people's rears? And then Mintz will do what he does second best. In dieser Welt gibt es keinen Mangel an Gesichtern, die einen kräftigen Schlag verdient haben. Ich bin mir sicher, wir werden eher früher oder später auf eines stoßen, sagt Corwin dazu. Mintz, und dann macht Mintz das, was er am besten kann. Hehe. Und Corwin nur. Und sich mit seinem Naget hier über andere Leute hintern faseln. Und dann macht Mintz das, was er am zweitbesten kann. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen, dass wir voll geheilt werden, wenn wir hier rasten. So, dann bin ich eigentlich eher gewillt. Also jetzt sind wir hier fertig. Jetzt bin ich eigentlich eher gewillt, nach Brücken vorzureisen. Also zur Ewerfellbrücke, um zu gucken, wie es dort aussieht. Also ich höre schon mal Kriegslärm. Wie ihr wünscht. Das Gebiet ist auch relativ groß wieder. Hopkombin-Hauptmann. Okay. Okay, wenn wir von vorne kommen, dann kann das ziemlich böse werden. Ja, okay, das war ziemlich auf. Worum geht es diesmal? Wir sind hier noch mehr Fein-Safana. Okay, hier geht es nicht mal irgendwohin großartig weiter. Also ja, der Feuerball von dem Hopgoblin-Priester, der hat doch schon reingehauen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kalar's Servants may take Bridgefort, but I'm not inclined to let them have it without a fight. Okay, hier ist das scheinbar das Belagerungslager der Kreuzritter. Da will ich erst mal nicht reinlatschen, einfach so. Okay, hier sind im Wald überall Fallen. Nur zu fragen. Die Wisch für Intelligent Conversation? So, da haben wir jetzt gerade ein paar Goblins gegrillt. Oh, das ist, das ist cool. Wir können, es kann passieren, dass wir die Reiter von den Goblins runter, also die Reiter von den Worgen runter holen. Hier eine Menge normale Pfeile. Das hier müsste der Schutzkreis sein. Leuchte ruhen auf dem Stein, zeigen, dass dieser Zauberkreis nicht aktiv ist. Oh, Bombardierkäfer, das erinnert auch noch. Schon wieder eine Höhle. Oh, da unten ist was, was wir nicht erkundet haben. Ist hier ein Geheimversteck? Nö. Ja, erst Höhle, dann gehen wir weiter. Also, hier ist der Teleportierkreis, von dem Jahira geredet hat. Ach, hei. Das ist eine niedliche, kleine Goblin-Höhle. Worum geht es diesmal? Traktor Klarheit. Geld, 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 Pfeil. Feuerpfeil, Feuerpfeil ist immer praktisch. Was ist mit dir hier? Achso, du hast noch Kundebilder, was so. Also ja, ein Pfeil plus eins. Vielen Dank. Das ist alles, was, was du? fut klar. Bis zum nächsten Mal.